Sind Sie gerade dabei, Ihr neues Eigenheim zu bauen oder vielleicht auch noch gerade zu planen? Dann kennen Sie vielleicht die Idee, dass man sich sagt, Mensch, so ein leerstehender Kellerraum, den möchte ich gerne verwandeln in ein Heimkino. Also quasi in ein Teleporter, damit Sie mit Ihrer gesamten Familie fremde Welten zusammen entdecken können. Genau so was haben wir hier in Köln mit diesem System getan. Und ich lade Sie ein, in dem Video mal einen Blick in unsere Gedankenwelt, in unsere Spezialzutaten zu werfen, mit dem wir dieses Heimkino speziell an den Kunden und hier an seine Haussituation angepasst haben. Genauso wie wir es auch gerne für Ihr zukünftiges Heimkino tun, welches wir ab 60.000 Euro in Deutschland, Österreich und Schweiz bauen. Viel Spaß mit dem Video! Heimkino-Genuss im Vollendung Fangen wir mal genau dort an, wo wir in der Einleitung aufgehört haben, nämlich beim Häusle bauen. Also, Sie haben jetzt Ihre Traumimmobilie gedanklich schon so vor sich und müssen sich jetzt um so viele Dinge kümmern, zum Beispiel um eine Einbauküche. Mit welchen Gedanken gehen Sie denn jetzt ins Möbelhaus? Wahrscheinlich nicht mit der Absicht, ich brauche eine Nollte-Küche, ich brauche einen Bosch-Kühlschrank und einen Neff-Einbauherd. Macht im Normalfall keiner. Beim Heimkino aber ist dieser Gedanke durchaus präsent, dass die Leute sagen, ich gucke mir zuerst mal an, wo kriege ich gute Hardware, die ich mit möglichst großen Nachlässen kaufen kann. Und ich kann beides verstehen, gute Hardware ist wichtig und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis auch. Aber blind irgendwas zu kaufen, macht nicht aus Ihrem leeren Kellerraum ein Privatkino und schon gar nicht so wie dieses hier. Unser Ansatz ist da komplett anders. Und genau das möchte ich Ihnen jetzt mal zeigen, indem ich Sie auf einer Reise mitnehme durch die drei Bestandteile, durch die drei Phasen, die so ein Kino hier gehen muss, damit das zum Schluss bei rauskommt. Anhand dieses Beispiels. Wir fangen mit dem wichtigsten Punkt an. Dem ersten Punkt und zwar dem Thema Vorbereitung. Bedeutet, im Übrigen, ich muss Sie loben, Sie haben eine relativ geringe Gefahr, dass Sie den Fehler machen, den ich gerade beschrieben habe. Sonst würden Sie nicht dieses Video schauen. Wenn Sie sich für Einzelteile interessieren, wo gibt es jetzt gerade den besten Lautsprecher mit irgendeinem tollen Wirkungsgrad und was weiß ich was, der Wundermembran, dann glaube ich nicht, dass Sie sich das Video anschauen. Nein, wir möchten erreichen, dass Sie in Konzepten denken, genau wie wir das machen und dass wir Sie dafür begeistern können, dass wir eine schlüsselfertige und aufeinander ganzheitlich abgestimmte Lösung realisieren. Und wie schon gerade erwähnt, wir fangen mal beim ersten Schritt an, nämlich dem Konzept der Planung, der Vorbereitung. Der erste Schritt, der führt Sie zu mir, nämlich zu uns nach Sachsenheim in unser Showhaus. In der Region Stuttgart ist das, das haben wir mit lauter Heimkinos ausgestattet. Wir bauen solche Heimkinos schon ab 60.000 Euro und das ist ein All-Inclusive-Preis. Also Planung, Bau, Installation, Komponenten, Kalibrierung und, und, und. Und da zeigt man Ihnen Preisklassen bis zu 400.000 Euro, verschieden abgestuft. Sodass Sie dann nachher genau sehen können, wie viel Klang, wie viel Bildqualität kriege ich denn für mein Geld. Für 60.000, für 100.000, für 150.000, je nachdem wie viel Sie investieren wollen. Gleichzeitig können Sie sich auch die verschiedenen Designs anschauen. Soll es etwas sein, was individuell gestaltet ist, wie hier, oder etwas einfacher, damit mehr Geld in die Technik fließt, was auch immer. Wir haben auch schon Schlafzimmerheimkinos gebaut, die nachher exzellent geworden sind. Sie geben vor, wo der Weg hingeht und wir schauen, dass wir den Weg bestmöglich gehen. Das ist der Gedanke. Und in Sachsenheim sehen Sie zum einen quasi, kriegen Sie einen Vorschau, Geschmack auf das, was Sie von uns bekommen. Und wir werden dann auch schon mal gleich in die Bedarfsanalyse einsteigen und erst mal gucken, was haben wir denn für einen Raum. Was haben wir für Wünsche? Um dann nachher erst mal die richtige Hülle zu planen. Und das ist der ganz entscheidende Unterschied. Und der ist am Anfang, nicht zum Schluss irgendwo, den Unterschied machen Sie am Anfang. Man kauft nicht die Hardware, bevor nicht alles vom Kino geplant ist. Man plant erst die Hülle, man plant erst das Design, die Akustik, die Funktionalität, das Podest, die Sitzplätze. Dann weiß ich, welche Lautsprecheraufstellung macht den Sinn. Welchen Abstand brauche ich denn vom Beamer zur Leinwand? Welche Leinwandgröße ist sinnvoll? Nicht umgekehrt. Und das ist der ganz entscheidende Punkt, schon am Anfang. Wenn Sie irgendwas kaufen, bevor Sie das gemacht haben, ist die Chance groß, dass Sie nachher doppelt kaufen, weil Sie nachher unzufrieden sind. Das erleben wir täglich, dass Kunden anrufen und sagen, könnt ihr mein Kino retten? Dann sagen wir, ja, aber schmeiß erst mal alles raus. Übertrieben formuliert. Also das ist der ganz wichtige erste Schritt, den wir machen. Übertragen auf dieses Heimkino bedeutet es, der Kunde ist zu uns gekommen. Dieser Raum war schon bauseitig vorgegeben. Den konnten wir nicht mehr ändern hinsichtlich der Raumdimensionen. Breite, Höhe, Länge und auch die blöde Türposition da hinten im Eck war schon vorgegeben. Wir haben diskutiert mit den Architekten. Wir konnten es nicht mehr ändern. Das ist nämlich ungeschickt von der Planung. Tür im Eck ist nicht gut für ein Heimkino. Wir wollen nämlich normalerweise sogenannte Baffle Walls, das sind Akustikwände, vorne und perfekterweise auch hinten haben. Ging hier aber nicht, zumindest nicht über die komplette Rückseite. Ja, dann hat man hier die Situation, wenn da hinten die Tür ist, wäre es nur sehr schwer denkbar, die Leinwand an eine andere Stelle zu positionieren, als auf der gegenüberliegenden Seite. Bedeutet dann aber wiederum Umkehrschluss, ich komme hinten beim Podest raus. Allerdings nicht hier auf dieser Podesthöhe, sondern ganz unten. Ich komme hier unten rein, ich hoffe man sieht es halbwegs. Ich bin noch im Bild, hoffe ich. Hier hinten komme ich rein. Und dann haben wir es jetzt so gelöst, wir haben ganz viel rum experimentiert und geplant, wie macht man das am besten. Und wir haben jetzt hier erstmal zwei Stufen gemacht, dann komme ich hier auf diese Höhe, dann nochmal eine Stufe und dann bin ich hier auf dem Podest. Und genau das gleiche links und rechts, dass es symmetrisch ist. Das sieht einfach aus, aber glauben Sie mir, bei so einer Podestplanung können Stunden reingehen, sogar Tage. Und das ist eine unserer Geheimzutaten, Integrität. Wir bauen Heimkinos aus Leidenschaft. Ganz ehrlich, wenn wir möglichst einfach, möglichst viel Geld verdienen wollten, um, keine Ahnung, möglichst viel Freizeit zu haben, dann würde ich Komponenten verkaufen, Google Advertising schalten, Sonderpreise machen, rausverkaufen, keinen Support geben. Das ist nicht unser Ding. Wir wollen jedes Heimkino so bauen, als ob es für uns ist. Jedes Heimkino ist für uns intrinsische Motivation zu sagen, wir wollen unser Bestes abrufen, damit wir Ihnen Lebensqualität schenken. Und so haben wir auch hier wirklich bei dem Podest sehr viel geplant. Und da muss man die Sitze mit einbeziehen, auch die Einsinktiefe, damit man nachher wirklich weiß, wie kommt der Lichtkegel vom Projektor denn runter. Denn gleichzeitig ist dann die Herausforderung bei so einem Podest, wir wollen hinten hoch, gleichzeitig soll die Leinwand vorne runter. Wir haben hier eine 4 Meter breite Leinwand für ein ideales Bild. 16 zu 9 Maskierung ist drin, dann kann man wegfahren, hat man Breitbild, verschiedene Formate, alles wunderschön, akustisch transparentes Tuch aus unserer Produktion. Aber man muss es aufeinander abstimmen. Und wenn man dann so die Sitze geplant hat, wo wir uns hier gesagt haben, auch nach Rücksprache mit dem Kunden. Vorne drei hochwertige Sitze, die sich dreifach elektrisch verstellen lassen für maximalen Komfort, weil meistens wird das Kino nur vorne benutzt. Und hinten platzsparende und immer noch komfortable ökonomische Kinosessel. Macht absolut Sinn, hier in diesem Fall. Wenn man dann so ein bisschen dieses Arrangement geplant hat, wie in dem Fall, kommt der zweite Step. Wir gehen dann an das Thema Akustik, Lautsprecher, Gesamtdesign etc. Und da hat der Kunde den Wunsch, dass wir optisch eine dezente, warme Eleganz reinfließen lassen, bei gleichzeitig einem modernen und klaren Design. Also jetzt nicht mit Vorhängen oder irgendwie jetzt extrem viel mit Holz, sondern einfach wohl akzentuiert. Das übernehmen hier unsere Open Mind Diffusoren. Für die, die das noch nicht so richtig zuordnen können, diese Diffusoren hier haben den Effekt, dass die Holzstäbchen ganz laienhaft formuliert eine Klangreflexion generieren. Sprich, hier kommt eine Schallwelle an, verschiedene Schallwellen und die werden dann hier fein zerstäubt in den Raum zurückgeworfen. Hat für Sie als Zuhörer den Effekt, dass Sie hier sitzen und Sie haben den Effekt eines größeren Raumes, als ob quasi diese Wände nicht existieren. Und das haben wir gleichzeitig jetzt nicht nur funktionell genutzt, wir hätten die Absorber auch komplett integrieren können in die Bespannung, sondern das Ganze als exaltierter Designaspekt hiermit einfließen lassen. Und gleichzeitig hier seitlich diese Wandbespannungen so schräg erhalten, dass es mit dem Podest hier korreliert und ideal auch mit der Illumination hier den Fußbereich noch mit ausleuchtet. Die Bereiche, die nicht von dem, wir nennen das Expander, hier bedeckt sind, sind links und rechts mit Teppich verkleidet, so dass wir hier eine kohärente Optik haben, zusammen hier mit dem komfortablen Heimkino-Teppich. Im vorderen Bereich von dem Expander hatten wir hier den Gedanken, wie können wir die Aufstellung der Frontlautsprecher optimieren. Normalerweise geht man her und positioniert Frontlautsprecher links und rechts neben der Leinwand oder bei einer Akustikleinwand dahinter. Würde hier nicht gut funktionieren, weil wir die Lautsprecher nicht breit genug auseinander kriegen. Wir können nicht die Winkelvorgaben, wir orientieren uns hier an Dolby, die würden wir so nicht einhalten können. Also haben wir errechnet, dass hier die idealen Punkte sind für die Lautsprecher. Einmal hier, einmal da drüben. Und an diesem Beispiel sehen Sie jetzt, warum es falsch wäre, irgendwelche Lautsprecher vorher zu kaufen, bevor man nicht alles durchgeplant hat. Und zwar professionell und konsequent. Ich würde an dieser Stelle schlichtweg gar keinen tiefen Standlautsprecher hinkriegen und er würde auch akustisch gar nicht harmonieren. Deswegen haben wir hier unsere eigenen Lautsprecher, die wir nämlich genau für solche Fälle optimiert haben, die klanglich für solche Kinos, wie wir sie bauen, mit einer hohen Bedämpfung gedacht sind, mit einem guten Rundstrahlverhalten, mit sehr guten Klang-Eigenschaften und vor allen Dingen mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis integriert. Das Ganze übrigens mit einer Auslegung zusammen mit der Elektronik, dass wir hier sogenannte digitale Frequenzweichen realisieren können. Was jetzt technisch klingt, erkläre ich für die zahlreichen Anrufer, die uns darauf ansprechen, dass das teilweise ein bisschen zu kompliziert wäre, was ich hier erkläre, mal ganz kurz etwas leidenhafter. Wir wollen, dass die Lautsprecher richtig stehen. Wir wollen, dass, wenn Sie hier sitzen, das Raumschiff nicht einfach nur von der Leinwand von links nach rechts irgendwie zu sehen ist und auch so vom Ton rüberkommt, sondern dass der TIE Fighter möglichst schon 50 Meter weiter hinten zu hören ist, nämlich genau dort, wo er beim Abmischen auch angedacht war, weil es sich mit allen anderen Lautsprechern so ergänzt, dass sie eine gute Transition, eine gute Übergabe der verschiedenen Lautsprecher haben, oder ein Auto, was auch immer, dass wirklich ein Objekt, was von der Seite kommt, ganz flüssig über einen großen Bereich darstellbar ist und nicht einfach nur so ein bisschen Mickey-Maus-mäßig vorne zusammengepresst ist. Oder bei Personen, dass wenn da drüben jemand spricht und dann auf einmal die Person in die Mitte wandert, dass es sich hier anhört wie King Kong und hier eben wie Mickey-Maus. Das wollen wir nicht. Und genau deswegen legen wir Wert darauf, identische Lautsprecher zu haben, dass die richtig stehen. Und wenn man dann noch das i-Tüpfelchen möchte, so wie in diesem Fall, dann lassen wir alle Kondensatoren und Spulen aus dem Lautsprecher raus, die den Klang beeinträchtigen, abbremsen und ändern und gehen mit drei Lautsprecherkabeln von diesem Dreiwege-Lautsprecher in die Elektronik, also praktisch in die Endstufe und werden elektronisch über den Prozessor die Frequenzen so aufteilen, und dass jedes Chassis von dem Lautsprecher genau weiß, was es wiedergeben soll. Dadurch haben wir große Klangvorteile. Mehr Dynamik, also sprich mehr Lebendigkeit, mehr Auflösung, mehr Feinheiten, mehr Durchhörbarkeit. Und das, wenn Sie hier sitzen, das ganze Kino wie eine große Sphäre klingen. Sie haben das Gefühl, Sie sitzen inmitten von einer Kugel und überall sind Lautsprecher. Dass Sie gar nicht mehr hören können, okay, da steht jetzt einer und da steht einer, sondern dass alles miteinander eben verschmilzt. Das ist der Effekt einer guten Planung. Und damit sind wir beim Punkt 1 soweit mal durch. Ich habe jetzt mal untypischerweise die Kamera frontal hier auf eine Seitenwand ausgerichtet, extra vor mit einer Libelle geschaut, dass Sie jetzt richtig gerade hier reinschauen. Ich möchte nämlich was zeigen, wenn wir über das Thema Kino-Bau sprechen. Das Kino hier, Sie haben es vorhin schon gesehen, hat nicht nur hier einen schrägen verlaufenden Expander und vorne nochmal hier einen anderen Winkel, sondern wir haben auch hier ein schräg zulaufendes Deckensegel. Richtig hochwertig bespannt mit versenkt integrierten Spots für Restlichtoptimierung. Hier sind die Lautsprecher drin, hier sind die Absorber drin, hier sind die Diffusoren drin. Sie sehen hier keine einzelnen Kacheln oder kein Briefmarkendeckensegel, immer so ein Meterstückchen, sondern an einem Stück richtig ordentlich bespannt. Hier vorne in demselben Winkel geht es weiter mit unserer Lamellenkonstruktion, die das Restlicht von der Leinwand auf nahezu null runterschluckt. Das heißt, Sie sitzen hier, schauen nach vorne auf die Leinwand. Wir haben alles vorne mit Teppich ausgekleidet, um es maximal zu schlucken, Seite, Seite, unten und oben dann noch mitsamt, sodass Sie nur das Bild sehen, dass Sie quasi, wenn vorne Weltraumfilm stattfindet, dass Sie wirklich nur schwarz sehen und den Film wie so ein Fenster praktisch reinschauen. Das wollen wir erreichen. Aber das geht eben nur, wenn der Kinobau auch wirklich das umsetzen kann, was man vorher planerisch gemacht hat. Und glauben Sie mir, ich habe mit meiner Firma vor fünf Jahren angefangen. Da haben wir mit externen Dienstleistern gearbeitet. Das wäre dort niemals möglich gewesen. Jetzt mit eigenen Mitarbeitern, mit eigener Schreinerei, eigener Schlosserei. Wir machen vieles in-house, wir lassen vieles explizit für uns anfertigen. Zum Beispiel auch die Sitze hier. Die erlauben es wirklich, das Maximale aus so einem Raum, aus so einer Planung rauszuquetschen, damit man hier platzökonomisch und designmäßig und handwerklich auf so ein Niveau wie hier kommt. Die Abstimmungsarbeit, die man hätte, um externe Dienstleister auf dieses Niveau zu bringen, nicht, dass die nicht gut schaffen können, aber einfach die notwendige Kommunikation, damit die genau verstehen, was wird wie gebraucht. Man muss ja so viel abstimmen zwischen der Technik, dem Verkabeln, dem Design, der Akustik, worauf kommt es an. Glauben Sie mir, das wäre äußerst schwierig möglich, wenn nicht alles innerhalb von einer Firma stattfindet. Und damit sind wir schon beim zweiten großen Pluspunkt für Sie. Dadurch ist das Ganze auch einfach deutlich günstiger, als wenn man externe Firmen dafür beauftragen muss, die dann zu Ihnen kommen und sowas machen. Nebenvorteil, dies ist das einzige Kino, wo wir länger gebraucht haben, als eine Woche zum Bau. Nein, es gab noch ein zweites. Also es ist wirklich eine ganz große Ausnahme, wenn wir ein Kino nicht innerhalb von einer Arbeitswoche durchkriegen. Wir schicken unser eigenes Spiel des Teams zu Ihnen. Sie haben für gewöhnlich eine Woche lang unsere Mitarbeiter im Haus. Die geben sich größtmöglichste Mühe, freundlich, dezent, hilfsbereit, sauber zu sein. Trotz allem Handwerker im Haus hat niemand sonderlich gerne, wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir belästigen Sie nicht wochenlang mit zig Anläufen, mit allem drum und dran. Wir können einmal zu Ihnen, wir machen, dass es ordentlich sauber ist und dann steht Ihr Heimkino so schön verarbeitet wie hier bei Ihnen im Keller. Wenn Sie jetzt bei Optimierung an eine Kalibrierung denken, dann haben Sie natürlich recht. Das ist so der Punkt, der für Sie heraussticht. Wir beschränken uns aber nicht darauf. Optimierung heißt quasi, das ganze System zum Leben zu erwecken und am Leben zu halten. Also wenn unsere Handwerker das Kino gebaut haben, dann passiert ja grundsätzlich mal noch nicht gleich hier wahnsinnig viel auf der Leinwand. Man muss ja dann hier den Projektor erst nochmal richtig ausrichten. Man muss alle Geräte in den Technikschrank richtig verkabeln, alles grundkonfigurieren, Audio, Video einmessen. Das ist dann der eigentliche Bereich der Kalibrierung. Aber dann geht es ja noch weiter. Dann kommt die Programmierung der Steuerung. Wir legen auch immer Wert darauf, dass das Ganze einfach bedienbar ist. Eventuell noch Audio-Video-Server mit einrichten. Dann ein Punkt, der häufig so ein bisschen in Vergessenheit gerät bei aller Technikbegeisterung. Das Ganze müssen Sie auch noch bedienen. Also sprich, mir ist es wichtig, dann nachher auch noch die Zeit und die Muße zu haben, mich mit Ihnen hinzusetzen und auch wirklich mal in Ruhe durchzugehen. Wie steuern Sie denn Ihr Kino? Rückfragen beantworten, Personalisierungswünsche noch durchgehen, dass man die Steuerung entsprechend anpackt. Dokumentation, dass Sie genau wissen, okay, was ist denn jetzt wie wo gemacht worden? Und dann natürlich der Support. Weil selbst das beste Kino, wenn es hier von uns kalibriert ist, immer irgendwo mal was haben kann. Alles andere wäre gelogen. Sie wissen genau selber, wie oft kommt da eine neue Firmware raus oder beim Verstärker. Apple TV zieht es teilweise automatisch, Steuerung. Sprich, wir leben in einer Welt, die sich ständig ändert. Und das spiegelt sich auch in so einem Heimkino wider. Es gibt immer irgendwelche Optimierungen. Es kann natürlich auch mal was kaputt gehen. Und das ist ein Punkt, wo wir ebenfalls sehr großen Wert auf ein hohes Service-Niveau legen. Und praktisch den wichtigen Grundstein der Beratung, der Vorplanung, die eigentliche Umsetzung, dann eben später auch mit einem guten Ende abzuschließen. Und ich fahre erst vom Kunden, wenn ich wirklich zufrieden bin und weiß, der Kunde kann sich hier hinsetzen. Sie können sich hier hinsetzen und haben den Spaß ihres Lebens. Das ist das, was uns antreibt. Ich glaube, ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Und ganz ehrlich, das ist auch der Grund, warum wir Kinos erst ab 60.000 bauen. Wir haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Und wir haben absichtlich den Mindestpreis auf 60.000 Euro hochgehoben, weil wir in jedem Kino eine Vollausstattung haben wollen. In jedem Kino soll eine VN-Stufen-Kombination drin sein, soll eine maskierbare Leinwand drin sein, ordentliche Sitze, ein 4K-Projektor, ein richtig guter Raumakustik, ein ordentliches Design, ein gutes Steuerungssystem. Und das kostet natürlich. Das geht nicht für 30.000, 35.000 Euro. Zumindest nicht, wenn man es installiert und das Ganze neu sein soll. Und das ist das, was uns antreibt. Ihnen ein preis-leistungs-optimiertes Heimkino auf höchstem Niveau zu realisieren. Und das ist das schönste Gefühl. Das ist der Grund, warum ich und auch meine Mitarbeiter ihre Arbeit und auch unsere Kunden so sehr lieben und wertschätzen. Weil es uns einfach Freude macht, Sie glücklich zu machen mit solchen Heimkinos. Dieses Video habe ich jetzt absichtlich mal nicht mit einem Fokus auf technische Einzelaspekte gedreht. Sie kennen ja schon die Vorstufen, die wir gern verbauen oder unsere Lautsprecher, den Projektor. Und wer da gerne wissen möchte, was hier im Detail verbaut ist, für den schreibe ich dann einfach eine kleine Description-Information unten rein. Und dann kann man da entsprechend nachschauen. Es gibt zu allen Komponenten, allen wesentlichen Komponenten sowieso noch Videos von uns im YouTube-Channel. Ich verlinke die auch noch mit oben in den Registern, wenn ich jeweils über Sachen spreche. Auf unserem Online-Shop finden Sie darüber hinaus bei Einzelprodukten auch immer kurze kleine Bewertungen. Sowie noch mal kleine Zusatzvideos bei Bedarf. Und ja, generell, wir freuen uns natürlich über Ihren Kontakt. Wir probieren allen Ansprüchen nach hochwertigen Heimkinos gerecht zu werden. Sie können viele von den Komponenten, zum Beispiel die Bespannungen oder die Leinwände oder auch die Sitze oder auch Teppich, quasi auch die versenkbaren Leuchten, können Sie alles von uns klemmleisten, alles auch einzeln kaufen über den Online-Shop bei Bedarf. Wir haben auch einen Abholshop. Bitte nur vorher kurz anmelden. Das ist in der Region Koblenz. Wir können auch ein solches Heimkino als Selbstbauprojekt mit Ihnen machen. Dann sind wir bei unserem Tooltime-Heimkino. Oder wie hier als Komplettsystem, als Filmparadies, wie schon vorhin genannt, vom leeren Raum, vom leeren nackten Keller mit all den Rohren zu solch einem kleinen Privatkino hier transformieren. Das ist das, wofür wir stehen, was wir lieben und wo wir uns wahnsinnig auf Ihre Kontaktaufnahme freuen. Oder auch einfach nur, wenn Sie uns demnächst wieder Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit beim nächsten Video schenken, zu dem ich Sie schon jetzt herzlich begrüßen möchte. Ja, bis zum nächsten Mal in dem Sinne. Tschüss.